Isabel, was hast du getan? Hier ist alles voller Blut! Weshalb, Isabel? Weil du es verdient hast! Wir waren eine Familie! Nein, das waren wir nicht! Dafür kommst du in die Hölle! Dann sehen wir uns ja. Willst du noch irgendetwas sagen, bevor ich dein Leben mitten im Nirgendwo auf einer Landstraße beende? Ich liebe dich, Isabel!